Rechnungen mit Scan-to-Bank – schnell und einfach bezahlen. Alles wird immer komplizierter. Keine Sorge, mit Ihrer VR-Banking-App erledigen Sie Bankgeschäfte trotzdem schnell und einfach. Zum Beispiel Rechnungen bezahlen. Alles, was Sie brauchen, sind ein Smartphone oder Tablet, die VR-Banking-App und ein gültiges TAN-Verfahren. Rufen Sie die Funktion Scan-to-Bank auf und wählen Sie ein Konto. Legen Sie die Rechnung, möglichst ohne Knicke, auf einen dunklen und gut ausgeleuchteten Untergrund. Fotografieren Sie die Rechnung ab. Wie genau, sagt Ihnen die App. Wenn das Bild optimal ist, wird automatisch ausgelöst. Die Daten werden in Ihr Überweisungsformular übertragen. Noch ein letzter, prüfender Blick, TAN eingeben und fertig. Schön, wenn das auch mal einfach geht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.